Ich weiß nicht, ich glaub das hier was sein kann Ah, nö Ja, gut Gut Auch abgearbeitet Ich stell mal fest, dass ich echt viele Nicht kenne, also Die Serverfusion Okay, ich hab auch zwei Jahre Nicht gespielt, aber trotzdem Oh, wie viel bringt denn die Quest überhaupt Wolfspilz Na, ich werd das jetzt dann bei der Bioquest mal angehen Und in diesem Tempo Glaub, da sind schon manche gestorben Aber jetzt nochmal zu den 20.000 Klicks Also, ich find das schon heftig Also so Das ist persönlich schon viel Das sind ungefähr Ja, doch zwei Monate, wenn's gut kommt Und es sind zwei Schon einigermaßen passable Monate Also Das ist schon heftig Ich schreib auch mal YouTube an Aber Ich hoffe mir da hat's nicht so viel Okay Hier Hier Wählt denn niemand Ah Nee Nee, dann hol ich mir Ich erst noch zu dem da rein Und dann nochmal eine Überraschung ab Was auch immer Welche Quests hab ich denn eigentlich denn? So viele Alter Na, ich bin nächstes alle angetreten So Super Sehr klein Eifergrau Wölfe So, so Gibt auch ein bisschen Geld, ne? Gibt auch ein bisschen Geld, ne? Der Rest ist bei mir Weil das konnte ich absolut jetzt nicht gebrauchen Also, ich brauche ein Eisenerz Jetzt muss ich hier hingehen Was wollen denn die von mir? Mensch Ich denk mal das ist das symmetrische Gegenstück Wenn jetzt hier irgendwo so eine Achse verlaufen würde Zum Biologen Na doch, kann es sogar hinkommen vielleicht Alter, alter Alter Geht auch gar nichts voran Geht auch gar nichts voran Ich muss mal gucken, wieviel Ich muss mal gucken, wieviel Na, 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 bla 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 Geht gut So, und jetzt muss ich aber nochmal zum Biologen Oder wenn hier bei welcher Bio-Quest bin ich denn gerade? Grauer Alpha Die werde ich jetzt erstmal fertig machen So, die Quest Von den Tieren gebe ich mal aus, dass ich es schaffen werde Doch, das war jetzt vereinzelt oder was? Das ist ja komisch Naja, macht nichts Wo ist ich denn jetzt schon wieder hin? Uriel? Ja Was will denn der jetzt schon wieder? Ah ne, das ist das Falsche Blablabla Ähm, man nennt sich die Bleist Veldig Wird there Verwandtem Die Wird duh D D Das war's für heute.